Willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Titan Quest. Wir sind hier immer noch... Ups. Na, hörst du auf. Im Dorf Tega unterwegs. Wahrscheinlich sind das die anfänglichen Störungen, die immer wieder auftreten. Erstmal schnitzen wir schnell die Zombies hier ab. Sehr schön. Klingt ja wunderbar. Die haben ja keine Lebensleiste, ne? Nö. Die sind natürlich alle unsterblich, bloß wir haben die Popo-Karte. Haben wir verkauft, soweit? Ähm, ne. Haben wir nicht. Früher habe ich Pflüge und Sensen an Bauern verkauft. Aber seit die Monster da sind, verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde, Beinschienen und Speere. Die Monster. So. Mögen die Götter dich anlächeln. Ich glaube, wir waren an der Ecke noch nicht fertig. Ah, genau. Wir wollten ja eigentlich noch ein paar Giftsäcke holen. So, die Mitte müssen wir noch durchqueren, dann haben wir eigentlich alles soweit hier gesehen. Hallo. Die Quest hatten wir doch eigentlich schon abgeschlossen, oder nicht? Aber ich finde diesen Leichenkönig so geil. Ja, die haben wir abgeschlossen. Gut, jetzt noch ein paar Giftsäcke, wenn es geht. Ich hoffe, die sind jetzt wieder da. Damit wir unsere Waffe mit ein bisschen noch, äh, Gift verbessern können. Dauert dann noch so super. Das machst du echt super. So, ich glaube, wir waren eigentlich hier oben. Oh, ein Energietrank, das ist sehr schön. Noch immer. Noch mehr kannst du nicht. Was? Äh. Tatsache, schon wieder alles voll. Ach, schon wieder falsch gelaufen. Ich bin ziemlich beschäftigt, um Rataner auszurüsten. Wer eine dich, was möchtest du? So. Vielen Dank, dass du nicht herumlungerst. Wir brauchen unbedingt ein neues Hauptdinges hier. Ein neuen Hauptbeampunkt. Ich habe keinen Bock mehr auf seine Sprüche. Obwohl es die letzte Aufnahme schon wieder so lange her ist, geben wir seine Sprüche gleich wieder am Anfang auf den Sack. Ah, die giftigen. Ah, verdammt, wir haben es aber bekommen. Jetzt greift ihr an. Leider keine Giftdrüse oder was das ist. Ah, da, da. Ah, Gift-Sack ist das, okay. So, jetzt sind wir doch bestimmt schon wieder voll, sage ich doch. Äh, jetzt haben wir vier. Und einen Ring. Was war das hier eigentlich? 66 Leben. Nee, brauchen wir momentan nicht. Ist auch relativ gering, würde ich meinen. Du schon wieder. Ja, ich. Nur ich. Den Helm haben wir ja auf. Die Rüstung kann weg. Das kann auch weg. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Haben wir hier noch welche? Äh, wo würde ich da jetzt auch nicht reden? Ich glaube, das waren die Einzigen hier. Oh, Mann. Doof. Bitte nicht herumlungern. Wenn du so weitermachst, dann verkauf ich dir bald gar nichts mehr. Kannst du vergessen. So. Den Tunnel nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's wieder raus. Oh, da haben wir noch was liegen lassen. Noch mehr kannst du nicht halten. Ey, dein Ernst. Ich kann so ein verfluchtes Kutschwerd nicht mitnehmen. So. Obwohl, was glaube ich eigentlich nicht weg? Die kriegen wir doch easy umgenutzt. So. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Dorf mal auf der anderen Seite. Mal gucken, was dort noch ist. Ausrüstung, Gepäck. Cool. Hat sich der Ausflug ja doch noch irgendwie gelohnt? Mögen die Götter dich anlächeln. Nee. Ich glaube nicht an Götter. Oh, oh. Ach, das ist Löffel 3. Löffel 8. Ich habe keine Chance gegen meinen Leichenkönig. So, mal gucken, was wir hier in der Ecke haben. Ist das ein Weg, oder? Nee, eine Sackgasse. Friedhof von Tegia. Oh, nee. Skelette. Mein Lieblingsgegner. Oh, läuft ja. Na. So, Gesundheitstrank, ein Kopies, genauer oder das. Schild, Rüstung. Du hast keinen Platz mehr. Also, manchmal, wer so eine Auto-Anpassfunktion hier vom Gepäck nicht hilfreich gibt. Gibt es die vielleicht und ich übersehe die nur. Oh, wir können den drehen. Ich bin ja so doof. Ich hätte die ganze Zeit hier... Oh. Hallo. Und G. Da hätten sie aber auch mal, äh... Ja, darauf hinweisen können, hätten wir die ganze Zeit mit dem Fernkampf auch schon mal starten können. Oh, aber nie. Wozu? Oh. Lebe wohl. Hilt mir. Ich trinke mal was. Davon haben wir ja genug. Dein Gepäck ist voll. Acht bis siebzehn. Ist nicht sonderlich stark, ne? Aber dann können wir erstmal vier reintun. Dann haben wir nämlich den anderen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Na gut, dann gehen wir wieder schnell verkaufen. Kein Problem. Ja, Fremder. Äh, 9 bis 26. Verkaufen wir erstmal was Holz. Möge Artemis dich begleiten. Ich habe nicht mal einen Plan, wer das ist. War das nur jetzt der kleine Bereich hier? Das war jetzt nicht so doll. Oh, das war wirklich alles. Guten Tag. Judentag. 13 bis 27. Was haben wir momentan? Bis 31. Tschüss. Späher. Mögen die Götter dich anlächeln. Und dann verlassen wir den Ort nur hier über die Hauptstraße. Und dann haben wir da. Schreien der Erfahrung. Danke. Oh, Kühlschweinreiter. Und ich dachte schon, mein kleiner wird jetzt sterben hier. So, wir müssen die Erfahrung noch ausnutzen, solange sie noch aktiv ist. Also bashen wir jetzt erstmal alles um und kümmern uns später um den Loot. Okay. Jetzt können wir uns um den Loot kümmern, beziehungsweise in der nächsten Folge Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann.